CISOC ist die Kontinuität in unseren Services. Wir sorgen damit also dafür, dass wir den Kunden kontinuierlich begleiten und stetig die Alarme, die aus den Microsoft Security Lösungen heraus resultieren, evaluieren, herausfinden, ist es ein echter Alarm, ist es ein False Positive. Die Kunden sagen uns, sie haben oft da nicht die Expertise dafür oder auch die Ressourcen dafür. Wir haben natürlich den Blick auf sehr, sehr viele Kundenumgebungen weltweit und können so den Kunden helfen, diese Alarme in der richtigen Zeit, zeitnah zu evaluieren und darauf zu reagieren und somit einen möglichen Angriff einzudämmen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sorgen wir mit unseren CISOC Services aber auch dafür, dass der Kunde kontinuierlich sicher bleibt. Wir nennen das Continuous Improvement. Wir sagen also dem Kunden ständig, das, was du hier konfiguriert hast, entspricht nicht unseren Best Practices. Wir würden das anders machen und gehen da in den Dialog und sorgen so dafür, dass der Kunde eigentlich immer eine Verbesserung seiner Security Posture erfährt.